Da läuft es. Okay, irgendwo muss ich euch einen Weg reingeben. Wir sollen ja da hin. Da kommen wir auch nicht. Ist verrammelt. Ja, das Vieh. Oh Gott. Geweckt, du siehst mich nicht. Geweckt, du siehst mich nicht. Hm, verdammt, wie kommen wir denn da jetzt rein? Ist ja jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Vielleicht durch den Raum hier durch irgendwie. Irgendwas ist hier. Hau doch ab, ey. Geh weg. Antifida, geh weg. Geweckt, du siehst mich nicht. Okay. Muss ich hier einen Weg geben? Hier, Ebel benutzen. Ist er doch, Menschenskinder. Oh Gott, noch lauter. Müssen wir den... Ey, das ist doch so... Gott, ey. Müssen wir den Generator noch... Oh, jetzt müssen wir wieder zurück und den Generator starten. Ich werde... Ich habe so das Gefühl, die Station will uns nicht mitgehen lassen. Alter, ist das übel, ey. Ja, absolut. Wir haben mich gerne. Zum Fressen gerne. Ich sehe fast nichts, ne? Ja, genau. Mich als Haustier. Gott, ey. Hier in so einem engen Schacht. Wir können nirgendwo hin, ne? Wenn das Vieh kommt, sind wir erledigt. Und alles knirscht und knarrt und macht und tut, Alter. Das ist übel. Ja, ich glaube, die wollen mich adoptieren. Ey, du siehst nur, nur dunkle Leid. Wenn ich Licht anmache, ist das jetzt nicht gut. Ey, ohne den Tracker hier, da würde ich... ...durchdrehen. Oh Gott. Irgendwo muss... Ah, hier. Okay, haben wir hier immer was raus. Ein Ladungspack. Alles klar. Okay, hier geht's weiter. Boah, echt. Wir müssen noch mal hier... Oh, jetzt ist es in der Nähe. Scheiß Vieh. Scheiß Vieh. Äh, mit Sicherheit nicht. Kein Krach. Kein Krach. So, finden Sie einen anderen Weg in das Rompaterminal. Ja, es ist schon da. Es ist hier in der Nähe. Oh Gott. Alter. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Jetzt kommt auch so eine Mucke dazu. Alter, sind die denn irre, ey? Sind die irre? So, okay. Gemeinschaftsraum. Jetzt müssen wir wieder da hin. Die haben doch eine Macke, ey. Ist er nicht schon nervenaufragend genug? Da ist es, da ist es. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Oh Gott. Ich seh's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nochmal speichern. Ich seh's. Boah. 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 bist ja auch noch nicht mal beim Speichern sicher. Das kommt ja auch noch dazu. Du bist nirgends sicher in dem Moment. Alter. Ist gut jetzt. Mein Adrenalin ist schon hoch genug. Der hat voll die Musik wie bei Psycho. Über uns. Apropos. Die kannst du einspielen, ne? Wenn ihr Dings über habt hier. Sag schon. Nicht die Kanalpunkte jetzt an sich, sondern die Bits. Dann könnt ihr hier auch zusätzlich noch Effekte einspielen. Unten in dem Panel. Habe ich eingerichtet. Bits, genau. Bits. Ganz genau. Bits. So, rechts rum. Dann könnt ihr mal zum Beispiel einen Schrei hier reinblenden. Oder Musik von Bad Boys. Ist doch kein Problem. Ist ja nur so ein Hinweis, dass ich das jetzt hier auch eingebaut habe. Ich glaube, durch die Corona-Krise sind wir alle ein bisschen knapp. Äh? Äh? Bin ich richtig? Ja, ne? Ich bin richtig, ja. Genau. Ach. Marsch, marsch. Gott, ey. Äh. So, ermöglichen Sie der Tau uns das Andocken. Okay. Ähm. Noch ein Safe-Punkt. Sorry, wenn ich die zu viel nutze, aber das ist mir nur recht. Nicht, dass wir so viel zurücklaufen müssen, weil manche Stellen sind echt heftig. Ähm. Ich hoffe mal nicht. Sagen wir es mal so. Wie komme ich jetzt? Achso, wollte gerade sagen. Hier sieht es echt übel aus. Alles brennt. Bitte lass es ein Aliens-Schiff sein. Aua. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie wir hier runterkommen. Nein, hier, ne? Genau. Genau. Hier geht es runter. Gott, 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 wie das wackelt gerade. Bin gerade extrem mutig, wenn ich hier renne. Halt. Sprengkapsel. So, marsch, marsch. Okay. Ah. Ich habe so das Gefühl, wir sind relativ kurz vorm Finale. Oh, Gott. Okay, du wartest zum Raumfahrt-Terminal. Hier ist ein Signal. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Verlaine, können Sie mich hören? Sind Sie nah genug für Funkkontakt? Ripley, kurz dein Dank. Ich kann Sie hören. Sie müssen mich betrautigen und das Leitende bereit machen, damit wir andocken können. Okay, leiten Sie die Andock-Sequenz ein. Oh. Der ist noch aktiv. Wusste, ich wusste es. Zack. Kleiner Scheißer. So, okay. System aktivieren. Lesefehler. Okay, kein Problem. Stabilitätswarnung. Gesperrt. Stabilitätssensorenreserven offline. Systeme erwarten Nachricht des Orbital-Notfall-Koordinators. Wäre es auch, wenn ich nicht so direkt vorhin wäre. Okay, hier ist gesperrt. Fehler 08, 04, okay. 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 Wir müssen hier lang. Jetzt wieder eine Keycard. Okay, da du ich. Es ist gerade extrem laut auf meinem Kopf. Ich hoffe, für euch ist das okay. 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 bin ich einmal da lang gelaufen. Wo sagt der denn? Wo sollen wir denn hin? Hier. Das sieht hier gut aus. Da ist was. Ah, okay. Hacken. Ach, Quatsch. Ernsthaft jetzt? Ich hoffe mal nicht. Ach, verdammt. Okay. 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 und jetzt wieder zurück, oder was? Ja, nee. Hier waren wir doch gerade, oder? Zu viele Caps. Äh. Ist immer noch gesperrt, okay? Warte mal. Aktivieren Sie die Hydraulik. Das ist alles klar. Die Hydraulik. Tür verschlossen. Das ist doch... Bin ich jetzt blind? So, jetzt bin ich hier. Sorry, wenn ich jetzt gerade gucke. Jetzt muss ich eigentlich mal da rauf. Hm. So, da sind wir. Immer erst mal hier gucken. Es ist wirklich gerade extrem laut. Gibt auch gerade Störungen. Wo bin ich denn? Jetzt bin ich da. Okay. Es ist aber eigentlich auf der Seite. Wahrscheinlich irgendwie... Hier raus. Nee, es ist ja Blödsinn. Dann bin ich... Bin ich hier. Was ist denn das jetzt? Bin ich jetzt besoffen, oder was? Hey, leiten die Undock-Sequenz ein? Ja, würde ich ja gerne machen. Aber... Ich finde gerade... Ey, hier ist auch nichts. Schreie ich jetzt wirklich? Ich schreie ich jetzt wirklich. Woher zum Geier geht denn? Das ist jetzt hier... ...Safe-Point. Und... ...Safe-Point. Sind wir gekommen. Karte. Okay, Karte. So, Notfallschleuse. Das ist da. Dann gehen wir hier runter. Rechts, links. Mal ein bisschen Ruhe gerade. Okay, so, wir gehen jetzt so. Dann sind wir hier. Müssen wir jetzt genau darauf sein. Aktivieren Sie die Hydraulik. Das heißt, sollte ich muss da irgendwo drin sein? Das ist jetzt gerade ein bisschen sehr verwirrend. Wir sind jetzt da. Aha, da ist es doch. Versteckt. Jetzt müsste es ja erledigt sein, oder? Vielleicht muss ich jetzt an den Terminal wieder ran. Das kann ich mir nur so vorstellen. Das ist echt laut hier, wirklich. Das ganze Ding fliegt bald in die Luft. So, gucken wir mal, ob wir jetzt zugefahren. Immer noch gesperrt. Das gibt es doch nicht. Offline-System erwarten Nachricht. Okay. Kann ich auch nichts machen. Das ist echt... Hurrius, Gott. Da kommt mal auf, das Ding. Also, da war es nicht. Muss ja irgendwo hier sein. Das Schott brennt. Oh, keine Batterie mehr. Starten Sie die Hydraulik neu, hat er gesagt. Man kann es nur hier lang gehen. So. Ein, zwei oder drei oder vier. Jetzt sind wir hier genau hier drunter. Das ist ja Blödsinn irgendwie. Okay, sind wir da. Sind wir da. Okay, umdrehen und am Ende links. Nicht rausgehen. Okay, warte. Umdrehen, hat er gesagt. Und am Ende links. Hmm. Da kommen wir nicht durch. Hier ist... Schacht öffnen. Das ist rechts. Okay, warte. Ja, 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 warte. Warte, warte. Okay, das ist... Okay. Das ist ja echt ein blödes Ding so geradeaus. Und dann... Okay, hier kommen wir nicht raus. Okay, hier kommen wir nicht raus. Sind wir aber genau drunter. Okay, wir brauchen echt viel Strom. So, da können wir raus. Dann sind wir... Da. Dann sind wir hier. Hoch, okay. Ja, ich kann hoch. Kein Problem. Aber ich glaube, von da aus bin ich gekommen. Nehmen wir die Irre. Ne? Genau richtig. Danke. Dankeschön. Ach, verdammt. Aha. Ah, okay. Warum kann ich eigentlich jetzt mein... An meinen Dings nicht hier nehmen? Meinen Tracker kann ich gerade nicht aktivieren. Ähm... Undock-Klemme 11, 12, 21. Verlaine, die Under-Klemmen sind aktiviert. Okay, gehen Sie jetzt zum oberen Kontrollraum. Okay. Zum oberen Kontrollraum. Wie ist denn... Okay. Oberen Kontrollraum, hat er gesagt. Hat sie gesorgt. Ist noch was drinne? Ja. Ich habe keinen Tracker mehr. Gar nichts gerade. Das stimmt mich aber nicht gerade zuversichtlich. Äh, nehmen wir mit. Ich habe es ehrlich gehört. Ne, ich habe nichts gehört. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment. Ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Replay. Okay, fahren Sie die Wartungsbühne aus. Ich hoffe, das klappt. Bitte lassen Sie sich in ein Sieg zum Ingenieur zu unterstützen. Ähm. Fehler. Personalbrücke. Geschafft. Okay, zur Luftschleuse. Die ist jetzt hier. Kann man hier irgendwie... Nee, gar nichts. Nee, gar nichts. Oh, hier ist noch ein Wind. Ich habe keinen Tracker. Ich habe keinen Tracker. Kein gar nichts. Alter. Alter. Weg, 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 weg. Da war es. Wieso habe ich keinen Tracker mehr? Jetzt habe ich einen Tracker wieder. Oh, alter. Mein Nerven. Schluck trinken. Aber Luna, du hast Wahnsinns Ohren. Beziehungsweise ein Wahnsinns Gehör. Okay, du hast ein Savepoint. Wieso kann ich hier draußen den Tracker nicht mehr benutzen? Wieso kann ich hier draußen den Tracker nicht mehr benutzen? Verstehe ich nicht. Okay. Unsere Chance abzuhauen. Weißt du? Alter, was ist denn hier los jetzt mit dem Vieh? Wieso kann ich... Nein, nein. Beim Safen. Alter. Beim Safen. WTF. Okay, ähm... Ja, wie muss ich jetzt... Warte mal. Ich muss jetzt wieder machen. Ja, der wollte übel spielen. Wat? Achso, ist nur der blöde Android. Ja, Tok. Nur nicht mehr. Das ist... Das ist so fies. Beim Speichern... Okay, ist gesperrt. Alles klar. Beim Speichern... Beim Speichern... Dieses blöde Vieh... Das ist echt... Echt unfair. Wo war denn das jetzt? Okay, Strom. Okay, Strom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017